Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Solo-Queue Horror und wir spielen Dust2. Obwohl ich diese Map in letzter Zeit nicht gerade loben kann, weil ich da recht schlecht drauf spiele. Keine Ahnung wieso, aber... Oh, da bin ich im Moment echt scheiße drauf. Aber deswegen, muss man deswegen ja mal spielen und mal ein bisschen besser werden. So sieht das nämlich aus. Ah, geht ein. Ein für die Aufwärmphase. Wo sind die Leute jetzt hin, das will ich nicht. Boom, das war schlecht. Das war nicht so gut. Einer connected nicht. Ah ne, jetzt ist er da, jetzt sind alle da, jetzt gehts auch gleich los. Hab aber eben vorher auch noch eine Runde Deathmatch gespielt, also ich sollte eigentlich so ein bisschen warm sein. Oh shit, Alter, die hier. Oh. Das würde ich auch lassen sollen. Jungen, Jungen, Jungen. Hab immer noch ein Brett gekriegt. Na? Da kommt er nicht. Okay. Wie viel hab ich dem gegeben? Wie viel hab ich dem gegeben? Ah, das zeigt er mir nicht an. Okay, das sind äh... Ich würde jetzt behaupten, das sind Russen. Aber... Let's go. Und einer ist afk. Dico is out. Forrest Flashback. Flashback. Einen hab ich. Zwei hab ich. Zwei hab ich. Bonbon B. Oh, gut in front. Ja. Get under Terrorists win. Ja. Zwei Bretter verteilt. Kann mich nicht beklagen. Das Team hat auch alles gecleared. Immer wieder. Schön. Ich hab im Moment ne Winstreak von fünf Spielen. Oh, bei uns timet natürlich einer aus. Oh, das ist gut. Das machen wir jetzt. Oh, das ist gar nicht gut. Middle. Long. Short. Ich muss nur einen füllen oder alle füllen? Long dropshot. Long dropshot. Ja, ich bin mir duu. Ein Idiot, ich will nicht. Ich will nicht. Ah, f***, Alter. Das war richtig schlecht. Aber da ist es gut. Ich will nicht. 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 H*** F*** 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 Naja G морden mal bile 되면 um einen Knot auf einen Knot auf ungefähr dem Knot meepe. C quarters crap. Ge- um, Sicher, coordinated ich auf den Knot. B می**ny. Lass mahdoll für mich hin und mit. P manifiest du jetzt wie 종ierifeld. Hast du also gr productivity. H*** F*** 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 F***. Das Wichtiges hat die Gruppe. Da ist naja. Stopp auf den Knot auf den Knot. Das ist naja. vastly als ob sowierde. Ich hab nur das einen Ich weiß nicht, dass du ihn nicht machen willst, du bist sofort an der E-BAL aufbaut, du bist so krankst, du bist so krankst. Du bist auf 0 und du bist so krankst. Oh, какой du hier äter ein großer Scholar nicht zu verharfen. Du bist in der Schule. Du bist ja nicht. Schnell. Ich bin auch gut. Boa, sorry, danke. Ich bin ja nur am lieb. Ich bedalte. ich habe keine Kaffee und ich habe keine Kaffee in Kazaak-Hutern immer nicht Internet ich bin jetzt habe ich eine Kaffee ich habe keine Radar noch eine Kaffee jetzt überwarte Lohnk 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 Ich stehe jetzt. Du bist jetzt nix auf E? Na, die gehen. Oh mein Gott. Was macht ihr da denn? Ich bin sie sicher gleich Co. Wof. Der Mann! Der Mann! Der Mann! Der Mann! Das ist mein Kaffee, ich bin nicht kaffend. Die Kaffee sind kaffend. Okay. Kaffend sind die Kaffee. Okay. Was sind die Verrugge? Was sind die Verrugge? Was sind die Verrugge? Was sind die Verrugge? Was haben wir die Pistole? Die Pistole hat gemerkt. Die Pistole hat sich in den Kaffee. Zum Glück. It's zu sagen. Was ist die Verrugge? War die Hütte verte. Die Pistole hat sich in den Kaffee. Das war's. also auf jeden fall können wir was schaffen das war mies schorten sie jetzt abbezogen mit checken die mit alles nicht verarschen im gegner zu ihm auch noch unstimmig ist es es ist es 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 meine cinq Die Bombe ist schon nirgendwo gesehen Ah, da kann ich nicht mehr viel reißen, das ist das Problem Ja, er weiß natürlich genau, dass ich da stehe Fuck you, Alter Das ist manchmal so witzlos, ne, den einen Pistol ich so weg, aber mit der AK mach ich dann 27 in 1 Die ist ungenauer als eine Pistol Denk ich mir halt auch immer, was zum Teufel Oh shit, Alter Okay, da steht ne Arbe, da pieken wir jetzt nicht mehr Die kriegen hart auf der Fresse Der bemerkt das nicht mal, ey Ja Die stacken schon zu Fiat auf A und klingen trotzdem auf die Mütze Schon wieder Econ Ja, müssen wir halt Oh oh, nicht gut Move it, move it Okay, das war jetzt gut Ah, dieser Wrecked ist auch tot Das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht Eigentlich sollte damit nicht Der eine da Ja genau, der läuft hin und her und killt den dann CSGO-Logik Komisch, die anerkennen dann auch wieder gar keinen Achso Ja super, ich hab nur noch 19 HP Er springt halt einfach, er springt einfach Mach ich auch immer Ah, die lassen sich so hart geben da auf dem Spot, ey Da machst du doch echt nichts Also wenn die sich da jedes mal so holen lassen Ich schieb schon mal Das kann nicht sein, warum kann man die denn jetzt zu zweit so Er kann mich schon durch die Smuts sehen Er kann mich schon durch die Smuts sehen Alles klar Das war jetzt wichtig Was machen die anderen beiden da denn Ja, der ist auch tot Nice Ja, nice Was ist der Erde Was ist der Erde Die hat das Und tschüss. Okay, das war auch ein bisschen gehinnert. Jetzt dürfen wir auch keine Runde eigentlich mehr aus der Hand geben. Ich habe Angst auf den B-Rush, weil dann bin ich da richtig gefickt, ich stehe da ja alleine. Wo gehen da bitte die Schüsse hin? Was war das jetzt? 61 mit zwei. Boah, das war gut. Wie lange ist jetzt die Bombe? Ja, kein Kett. Das passt glaube ich gerade so. Das ist bitter. Eine Sekunde, das ist bitter. Kann ja aber gerade gar nicht strahlen. Das lasse ich lieber. Was? Vielleicht reißen wir auch mehr auf T. Okay, ich habe meinen immer das T-Side im Moment durch die neuesten Patch ein bisschen besser ist. Mit dem Rundgetapper und so. Was? So. Lauf mir da ruhig schön rein Gibt es nämlich auch Fresse Jungs Die Gegner sind sich auch uneins матери schwör Schmerz 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 Ah, es ist doch behindert, der hat mich da gesichert, das hat sich so ein bisschen an das, dieses rumgesnipet einfach, ja, alles klar, mit so einem 129er Ping, ey. Ja, das war jetzt richtig dumm, eigentlich. Ach, schade, dann spiel ich dir natürlich genau gegen die Hand. Okay. Ich hoffe. Ah, ja. Schade. Ah, wie viel Hits da draufging auf den, wie nahe. Go, go, go. Oh. Fire flashbang. Deploying flashbang. Smoke. Grenade out. Fire flashbang. Incendiary. Grenade out. Blank down smoke. Scheiße, Alter. Da gibt's ja nur einen Klick. Ja. Die Action auf A war nicht so. Also lang sind die jedes Mal gefallen. Das war echt tödlich. Mal gucken. Wenn wir vielleicht jetzt die Pistole gewinnen. Dann könnte das noch gar noch was werden. Aber ansonsten, tschüss. Mit schweres Unterfangen. Let's go, let's go. Dein Plan dann. Let's go. Oh, da steht er da schon. Hinter dir. Fuck. Ja, keine Ahnung. Die haben sich schon wieder A holen lassen alle. Dann kann man natürlich im ungezigen Augenblick. Dann kann man wieder force mir jetzt, oder du wirst sowieso verloren. Let's go, wenn du die quittst. Lol. 16 von 3. 16 von 3. 16 von 3. 16 von 3. 0 sagte gleich wird ja die aber das es ist echt manchmal witzig dieses spiel sehr sehr witzig das schnarrt Loll, das sieht so aus, als wenn die Bombe liegen würde, also auf dem Boden liegen würde. Aber gelb hat die doch. Loll, das ist doch ein Bug. Bug. Buggy Bug Bug. Buggy Bug Bug. Und ich dachte schon eine kleine Waffe aufheben. Jetzt würde ich auch Waffe haben. Jetzt sagen wir, dass wir hier viel Interessante haben. Ok, er hat einen auf A. Noch einer ist tot. Jetzt sind wir hier. Oh. Well. Oh, hier. Das ist ja jetzt sehr seltsam. Der Junge hat's gemacht. Ja, jetzt sollten die aber mal kaufen, oder nicht? Wir werden sie schreien. Ich schreien einen Flashback. Smoke. Grenade. Ich schreien einen Smoke. Ich schreien einen Flashback. Ich schreien einen Punch. Ich schreien eine große Gelegenheit. Ich schreien mich. Das macht mich. Ja. Das Wie schnell Haben die sich ja ordentlich geben lassen Da ist schon wieder einer tot Das ist gut Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Ich habe eine Grenade Ich habe eine Feuer Grenade Jo, wir kriegen richtig auf das Wasser Ey, das war meine Granate Ja, die können anscheinend auch wesentlich besser T-Side spielen Als die T-Side, aber so ist das Mir soll es recht sein Jetzt die Frage, haben die wieder geforced oder Der ist schon mal tot Ich habe keine Ahnung von wo der mich aufgeberatet war Ich habe keine Ahnung von wo der mich aufgeberatet war Ah, der kommt von Oh, der kommt short Ich glaube das weiß er Oh, bitte nicht Versau das jetzt nicht Okay, der hat einen Hit Oh Gott Der hat er gesoffen Der hat ihn nochmal getroffen Oh Gott Quick Scoop doch schnell Okay Dann wallbankt er den Ich werde nicht mehr Die Nater eben war ziemlich böse Die haben gekauft Also sollten die jetzt schon wieder eine Eko haben Oder ne, eben hatten die eine Eko Hatten die eine Eko Oder einen Force Ich werde nicht mehr Fuck, hab ich dem was gegeben? Ne. Zu lange rumgedämpelt. Da krieg ich sogar noch den Plant. Lass mich doch nicht so von dem verarschen. Der lässt sich komplett vereiern ey. Oh, oh. Oh. Go, go, go. Ich bin da noch drauf, lol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So. Schön verarscht. Okay. Okay. Cool, easy to save segment. Oh. Fdown, get pressure. Das war's. Das war's. Ruhige Handhaben einfach. Ruhige Handhaben. Ruhig sein. Tja, so atmen. Braucht da einer denn drauf? Das ist machbar. Das stecke ich sogar hier raus. Und schön. Aufsuchen. I'm throwing a grenade. Flashback. I am blending the bomb. Burn. Grenade. Diese Position muss man hier richtig asozieren Boah, Alter, da haben wir uns gegenseitig geblockt Ich wollte da noch absmogen, dann ist das so schnell Ich bin unsere Bank Er hat mich einmal anfutzen müssen, das war aber echt Lack gerade Aber Der Junge, ne, mit seiner Behinderung Let's go Wow Nice Ich will da auch noch, komm Ich bin für ein B-Rush Ich bin für ein B-Rush Ich bin für ein B-Rush Scheiße Das war gut, das war richtig gut Was? Ich bin für ein B-Rush Ich bin für ein B-Rush Das hat er verkackt und das war der Opening für B-Rush Ich bin für ein B-Rush Der ist richtig krass mit der Scout Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich schalte nächstes Mal auch wieder ein Ich bin für ein B-Rush